ein bisschen sieht es so aus als ob beim dax viele charttechniker unterwegs sind zumindest mal die hunderter marke hat der markt angesteuert und dann hat er gesagt so das war das ziel mehr müssen wir auch nicht tun das muss natürlich nicht so sein und ist auch jetzt noch kein zeichen dafür dass der markt jetzt nach unten weg kippen wird aber jetzt wird das beim dax entschieden offensichtlich wenn wir auf den dax future gucken ist diese entscheidung noch offen ob der markt jetzt sagt ach komm jetzt lass gut sein wir haben all unseren spaß gehabt wir brechen nach unten weg oder ob er sagt jetzt machen wir eine kleine pause und anschließend noch mal nach oben ganz so atypisch wäre das gar nicht denn wir hatten hier ja schon mal so eine kleine pause im gegenteil wenn wir jetzt eine pause haben die so ein bisschen vergleichbar ist mit dem was wir da haben wäre das vorläufig zumindest mal noch eher ein zeichen für weiter steigende notierung also insofern nicht das schlechteste bild für die bullische seite beim dax allerdings im moment ein bisschen pause angesagt ihr seht es beim dax index ebenfalls ein bisschen naja mal der vortrieb rausgenommen aus der ganzen geschichte wie sieht es in amerika aus da ist es ganz anders denn auch hier hatten wir die hunderter marke die hatten wir ebenfalls ähnlich berechnet wir haben letzte woche hoch und runter erzählt 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 schaut euch notfalls die beiträge von damals an also insofern das sieht gut aus die markteilnehmer haben diese marke vielleicht gesehen wahrgenommen und haben gesagt interessiert uns doch nicht wir wollen das ding haben und haben weiter eingekauft haben also nicht gesagt da liegt eine linie da müssen wir drehen zugegebenerweise müssen wir beim dow jones allerdings im hinterkopf behalten dass wir ja auch noch so ein bisschen den fallenden trendkanal da im blick haben müssen der liegt aus heutiger sicht in etwa jetzt bin ich mal gespannt ob ich den treffe 34.060 in etwa 500 34.000 0 100 57 zeigte bei mir jetzt gerade an also da irgendwie so das wäre die nächste interessante marke und dann hätten wir noch mal das zwischen hoch von mitte februar bei ungefähr 566 also 34.566 also wir haben noch ein paar widerstände vor uns liegen aber alles was er bisher geleistet hat macht einen guten eindruck und je mehr dieses verhaltensmuster unsymmetrisch wird desto eher ruft das eher nach na da geht sogar danach noch mehr also wann dieser rücksetzer den ich jetzt hier mal vorgeschlagen habe passiert weiß ich nicht kann auch sein dass er später passiert an einer dieser hier genannten marken die ich hier aufgerufen habe das ist das zwischen hoch von mitte naja sechste märz und das zwischen hoch von mitte februar irgendwann das sind so die nächsten entschuldigung das vom sechsten märz das hatten wir jetzt gerade das war jetzt natürlich die trendlinie die ich eben gerade ausgerufen habe bei 34.060 sagen wir mal also ungefähr ein bisschen darunter war das glaube ich also irgendwie sowas in der art und weise wenn das so ein rücksetzer das wäre eigentlich ein sehr schönes bullisches signal im moment also gibt es nichts zu maulen zumindest in amerika in deutschland wie gesagt noch so ein bisschen zurückhaltung aber solange die amerikaner steigen wird der dax sicherlich nicht ins bodenlose fallen der dax macht also vielleicht noch pause der dow jones allerdings kennt da keine verwandten erscheint immer noch auf der aufwärtsseite unterwegs zu sein vorsichtig allerdings denn im fünfminuten chart keine sorge bitte jetzt nicht übertreiben das ganze aber im fünfminuten chart haben wir als letztes eine starke abwärtsseite und wenn er jetzt korrektiv hoch geht ist sogar sehr realistisch dass es anschließend noch mal so nach unten geht also insofern dass wir noch mal hier die abwärtsseite fahren ist gar nicht so dramatisch es wäre vielleicht ein kleiner rücksetzer vielleicht so ein bisschen analog zu dem was wir hier hatten ich könnte euch das ausmalen also wenn es hier tatsächlich darunter geht 33.000 muss ja nicht jetzt so sein kann ein bisschen höher ein bisschen tiefer aber das wäre jetzt hier um die 33.000 500 70 irgendwie sowas in der richtung wenn ich das hier mal ein zeichne ja das wäre ein rücksetzer bis ungefähr da nur das wäre ja mit dem durchaus korrespondieren da könnte ich mir vorstellen wird manche einer sagen mensch rüdiger ist das nicht auch wieder fünf feller richtig also ihr seht schon auch diese kleinen nettlichkeiten die wir da im fünfminuten chart sehen die vielleicht jetzt für heute nachmittag uns inzwischen short erst noch mal liefern können sind noch nicht notwendigerweise das anzeichen für ein dreh aktuell sehe ich das noch nicht das müsste eine deutlich größere dimension einnehmen wie das nicht dass man hier so ein bisschen mit zeichnen also diese abwärtsbewegung solange wir oberhalb von 500 bleiben 33.500 wäre das ja immer noch in dieser größenordnung und erst wenn wir hier drunter gehen die 33.000 durchstoßen das wäre das hoch was wir da hatten dann sollte man ein bisschen vorsichtig sein also wenn es sehr steil runter geht ist vielleicht auch das mit dem nachziehen ihr seht das hier 33.115 die roten punkte hier das ist der parabolik in der standardeinstellung vier stunden chart macht keinen so schlechten eindruck in der trendsituation trifft er es ja meistens nicht so schlecht in der seitwärtssituation nicht aber wir haben keine seitwärtssituation sollten wir eine bekommen dann haben wir auch alles verdient da rauszugehen oder er hat es verdient dass wir da rausgehen aus der geschichte wie sieht es beim s&p aus er ist durch diese box durchgelaufen auch hier also eher ein zeichen der stärke wir hatten ihm gesagt das ist das nächste angebot wo er seinen dreh haben kann also ungefähr so in dieser ecke es ist ein angebot gewesen der markt oder die marktteilnehmer haben es bisher nicht genutzt das zeigt dass die marktteilnehmer eher guter laune sind und nach wie vor auf die stärke dort setzen ein interessantes zeichen auch hier allerdings jetzt im fünf minuten chart das ist etwas was wir als eyecatcher bezeichnen wackelig hoch und dann short aber bevor jetzt die übergeordneten jetzt in panik geraten vorsichtig ich rede dann von dieser strecke da vorne hier hinten noch mal das ist so dieses klassische bild erste bewegung korrektur in die mitte rein und danach wieder die fortsetzung also das ist ein zwischenschort und auch diese größenordnung bis zum beispiel das ist jetzt nur mal eine annahme 4120 wäre ungefähr hier die wäre ja noch nicht mal in dieser dimension auch die könnten wir uns hier noch mal einzeichnen also ich würde alle rücksetzer in dieser größenordnung die ungefähr 4100 gehen noch überhaupt nicht nicht mal im ansatz als eine gefahr für den bullenmarkt ansehen nur wenn es darüber hinaus geht also in dem fall da drunter hinausgeht dann sollte man sich fragen was hat er vor nicht jetzt millimeter genau wie gesagt wenn er jetzt das macht das macht das macht das ist alles noch safe insbesondere wenn es korrektiv ist mit bester erwartungshaltung für nach oben nur wenn er da jetzt wie ein stein durch plumpst dann was das jetzt dann sollte man hellhörig werden und überlegen was das denn noch werden soll das wäre kein so gutes zeichen solange es in dieser form ablaufen sollte wäre die welt völlig in ordnung also zwischenschorts bieten sich vielleicht an wenn der markt gleich noch hoch kommt merkt euch immer startpunkt endpunkt in die mitte rein denn so ein bisschen drüber ein bisschen drunter profis machen startpunkt fibonacci endpunkt fibonacci und machen dann quasi hier so die box so hat man so eine grobe idee wohin er dann wackelig reinfallen sollte bitte diese werte wenn ihr jetzt sagt die doch mal das macht überhaupt keinen sinn wenn ich die euch die angebe denn der kurs fällt noch in zwei minuten ist er fünf punkte tiefer oder zehn punkte oder 15 punkte tiefer dann ist die gesamte zeichnung die ich gemacht habe obsolet es geht mir darum dass ihr versteht wie mache ich das ihr nehmt fibonacci höchster punkt aber nicht so fibonacci höchster punkt tiefster punkt und dann habt ihr hier diese typischen fibonacci linien 38 20 und da müsste er dann idealerweise korrektiv rein laufen um dann die nächsten short trigger entsprechend auszulösen also kurzzeitig finde ich das ein sehr schönes signal für die short seite also noch kein signal vorsicht schlechte wortwahl andeutung dass die short seite spannend wird wenn das korrektiv wird trigger wäre das das sehen wir hier im fünf minuten chart im übergeordneten sehe ich aktuell noch keine sorge noch keine gefahr dass der markt das tatsächlich vor hat also noch nicht auf die short seite im großen wechseln aber im kleinen das seht ihr beim nasda genauso da könnt ihr die übung jetzt selber mal fortsetzen wenn ihr das wollt das wäre ebenfalls machbar beim nasda kam aber eine kleine besonderheit denn der tickte ja schon die letzte zeit immer wieder so ein bisschen außen vor dann seht ihr dass das was wir hier haben so ein bisschen so ein flaggenformation ist also das per se ist schon wieder korrektiv würde also tatsächlich irgendwo im umfeld bitte nicht millimeter genau 13.170 60 vielleicht noch 50 wenn er innerhalb dieser zone die ich gerade genannt hat 70 60 50 13 170 60 50 wenn er da in dieser in diesem bereich eine wende macht also irgendwas schub hoch wackelig runter dann wäre das eine realistische chance natürlich mindestens noch mal die gleiche kleine fortsetzung also das dahinten noch mal mit ernsthafter chance dass er sagt nur so mit die faxen dicke jetzt laufe ich durch das wird dann allerdings nach dieser eins zu eins projektion dann durchgeführt also die märkte zumindest im moment in so ein bisschen im pause modus im kurzfristigen allerdings noch nicht auf den dreh im sinne von wir wollen jetzt wirklich nach unten gehen für die kurzzeitigen gibt es korrektive bewegungen nach oben für die shorts noch mal nutzen lieber beim da lieber beim s&p beim nasdaq weil er schon korrektiv nach unten geht ihr seht da hatten wir das hoch schon vorab 31 also noch am freitag und seitdem sind wir fallend unterwegs beim s&p hatten wir heute erst das hoch da war das 31 war hier das heißt da ist die situation anders das heißt hier gefällt mir die short seite besser dow jones nahezu gleich das müssen die noch mal einzeichnen beim nasdaq würde ich eher gucken ob wir das bekommen so seht ihr kriegen wir eine vorbereitung für beide märkte und je nachdem welches dieser bilder kommt machen wir halt gegebenenfalls die trading idee falls ihr das auf dieser kleinen zeitebene wollte im längerfristigen noch alles in ordnung achtet aber in etwa auf die größenordnung die ich euch da genannt habe was nicht mehr unterschritten werden sollte beim nasdaq hier im kleinen würde ich mal diese zone hier was ich gerade genannt hatte im hinterkopf behalten 13.140 besser nicht mehr sehen 30 das wären irgendwie nicht so die optimalen anzeichen dafür so in diesem sinne euch jetzt erstmal alles gute liebe grüße und bis zum nächsten beitrag